Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Runde TTT. Heute wird es noch chaotischer als letztes Mal, denn Flocke, Items, Juli, Kapu Sekunde, Amaru, McFly, Fisk, Nils, Taudau, Payne und Alex sind dabei. Hallo. Hallo. Das geht. Alex ist später. Und später vielleicht auch noch der Grenz. Was? Hallo. Nein. Hallo, komm mal mit auf der Runde. Na, ich wollte ihr Leben machen. Nein. Komm mal mit auf der Runde. T, ja, ich weiß. Fast eine Runde geschossen. T, außerhalb des roten Raums, genau. Komm mal mit auf der Runde. Komm mal mit auf der Runde. Achso, so geht das. Die Runde sind hier der Porta, hast du dir jetzt keine Runde bestätzt, oder? Ich bin auf der Runde. Ja. Ja, ich bin hier unten, also mit auf der Ebene. Ja. Jetzt hier rein. Auf mich wurde geschossen, ich glaube von Nils. Ich habe keine Secondary gemacht. Jetzt? Ja, Wasser. Ich wollte vergiftet. Ich wollte vergiftet. Hast du gerade einen Krüscher? Einer von den Leuten hier in der Röhre, Alex wahrscheinlich, oder so. Schießen ab, schießen ab, schießen ab. Was soll der denn bei uns sein? Fängern sich das? Als ich eben das erste Mal da durch bin, kam der Marius-Sound, wie wenn man in der Röhre geht. Dann müsst ihr ja gesehen haben, wer mich vergiftet hat. Einer muss auch Alex, hau mal einfach Alex tot, Payne. Au, weg. Mach ich hier hoch? Ja. Hast du dich alles verdient? Mach ich nicht. Jetzt hatte ich wieder den Sound. Könnte auch Fisk gewesen sein. Ey, du kannst den Sound ja gar nicht hören, Kunal, wenn alle da... Ja. 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 Ja, dann musst du auf meinen Kopf sprechen. Ja. Ich will gucken, wie man da reinkommt. Aber tönte mich nicht. Aber dann brauchen wir mehr. Ich muss ja doch noch ein Zeichen. Und? Was war? Wo ist es? Hi, da ist es. Hi, da ist es. Ich pass nicht runter. Ich sehe keinen. Warum solltest du das tun? Flock hat gefahren, wo sie doch einen Freien Stott hat. Flock hat. Was? Irgendwas passiert. Max ist gestorben. Ja. Was ist für mich? Ja, nix zu mir gerade. Noll. Da, wo das Feuer hier beim Roten wurden... Beim Roten wurden... Hallo? Ich sag Flock hat. Ey, mein Volk wird es zerstören. Hier in dem Rot. Nein. Unten in Rot. Ja, man hört den Sound sogar. Unten drinnen. Unten. Unten. Aber unten ist keiner drinnen, Tata. Unten ist keiner. Da ist nicht der Fisk. Dann geht weg, Leute. Scheiße. Ich bin hier nicht. Was war denn in Rot eigentlich? Das war mein Totem. Ja, dann ist Kapuze. Kapuze, Kapuze. Hallo? Nein. Das war da oben im Eck. Oh. Ich bin doch selber gerade drinnen. Hier, Kunran. Hier links oben da. Warum schießt Kunran? Ja, ja. Ja, weil Kapuze da oben das Totem weggemacht hat. Warte, 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 warte. Okay, hast recht. Ich hab ihn dabei erwischt gehabt. Okay. Also ich hab... Ich dachte auch schon... Ja, wir holen mal den Täter, weil er hat sicher Credits. Der Täter. Der kaputzt doch nicht. Der shoppt doch sofort, ey. Der Alex. Der shoppt doch sofort, ey. Nee. Nicht mal den Partner, nö. Hier kommt man da nicht drauf. Das heißt, Alex will auf den Schokolade vergiftet. Nee. Der Alex, der shoppt. Ja, warum ist hier denn Inno? In der Mitte ist wieder Wasser. Ich bin Inno. Wann mag sie eher als Inno? Ja, mag sie schießen? Dann auf Amazon. Ja, ja, ja. Jetzt hat sie die Waffe, ey. Hat er Punkte, Juli? Irgendwas schneit sie auf mich. Was ist das? Er schießt auf die... Maxi's... Nicht der Fies! Da hinten ist eine Disguise. Stopp, nicht töten, Flocke. Das ist ein Traitor. Nein. Nicht der Fies. Flocke ist es auch! Okay, Flocke. Der shoppt doch. War eigentlich 4 Traitor oder? Haben wir jetzt 3? Äh, wir hatten beim letzten Mal, weil es wir bloß auch nur 3. Warum? Nils ist zum Töten freigegeben. Hey Payne, du hast auf mich geschossen. Ja, ja, ja. Du bist ne Leiche. Nils ist zum Töten freigegeben. Nils ist zum Töten freigegeben. Juli da oben. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh. Muss ich aus meinem Kopf raus oder was? Nils ist wieder gespawnt. Aber ich hab seine Taube. Okay. Du Penner, du. Alex? Ja, ich bin hier. Nils, lebst du noch? Oh Gott! Ich glaub, er wurde eben gekillt. Ich bin schon lange tot. Die Flocke lebt noch. Sie ist hinter dem blauen. Soll ich ihn wiederbeleben? Wo seid ihr denn? Nils war Jekyll. Das bedeutet, wir können ihn wiederbeleben. Soll ich dich wiederbeleben? Nee, nee, passt, passt. Ich stepp auch. Nee, ich stepp nicht. Ich würde dir das echt zugucken. Ich würde mir zutrauen, dass Nils sich mit der Sidekick-Gang abgeschossen hat. Pain. Und du ihn dann umbringen wolltest, damit du Schakal wirst. Okay. Nur damit du das weißt. Weil der liegt hier als Schakal. Du schießt hier auf mich? Das ist halt so ne Fickwaffe. Der blaue. Nils, lebst du noch? Hä? Wer ist das denn? Alter, du bist... Hey, nicht auf dich schießen! Nee, 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 nee. Aua, ich bin fast tot. So. Hey, Alex ist es von mir. Ja, Alex ist es. Ja, ich bin mir eigentlich auch relativ sicher. Ja, jetzt ist Alex. Der hat mich... Der hat mich... Und auch... Und auch Julie. Äh, crush mal bitte kurz. Was? Äh, der steht auf Orange. Der ist auf Orange. Oder? War ich auf Orange? Nee, auf Rot, Entschuldigung. Rot, 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 Rot. Und... Ich hatte vergessen, wo ich stand. Ich hoffe, ihr macht das richtig. Da, da, da. Äh. Hallo? Hier? Ah, ja. Alles gut. Nein! Schade, gut. Julie, du hättest mit dem Defi mehrmals drücken müssen. Aber auch nur... Zeit-Jakals? Okay. Äh, der Jakal hat einen Sidekick gehabt. Und wenn der Jakal dann stirbt, wird der Sidekick zum Jakal. Ganz, äh, im, im, im Schakal Shop ganz blickst. Und die Sidekick... Machen wir's müssen, ey. Ich hätt dich direkt... Wer war denn der... Da hab ich den fiesen Fiss gehört mit der Poison-Garne. Ach, was ist das, ey? Ach, krass. Unter mir kam so ein Gift-Sound, ey. Das ist überhaupt nicht wahr. Der erste kam so ein Snipes-Sound. Der erste kam so ein Snipes-Sound. Richtig. Richtig. Wie hast du mich denn gekriegt eigentlich? Wer ist random? Ah, lol. Ich hab die... Ich hab die Tasse. Ich hab die Tasse. Ich hab die Tasse. Der McFly... Das ist doch ein Witz, ey. Hat es nur bei Blau die Sachen gelontet, weil ansonsten sehe ich den Sinn nicht hier rein. Ich bin so totgewaltig. Also hier... War hier ne Waffen drin? Hast du hier was her? Nee. Weil hier ist absolut gar nichts drin. Nee, aber da war ich auch nicht drin. Sicher? Ich bin doch gerade vorbeigegangen. Hallo? Oh Gott, kaputt. Das war zufrieden. Oh Mann, zufrieden. Das war knapp. Hallo? 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 Da schießt... Bist du doof? Was macht ihr? Stopp mit Payne! Er hat schießt Payne auf... Payne und Fisk haben auf mich geschossen. Dalo ist das. Dalo ist das. Nee, ich hab noch mal den Unschuld. Er hat nichts gemacht. Payne und Fisk haben auf mich geschossen. Ja, und Fisk ist inno... Ja, aber warum hat er auf mich geschossen? Althems, da werden ganz viele Leute erschossen. Scheiße, jetzt wird's gut wieder weg. Er lebt wieder, oder? Ja, ich... Ah, Althems! WTF? Dalo ist... Dalo ist... Hier muss irgendjemand bei der... Ja... Achso... Na, oder weil... Althems mit irgendjemandem verpuckt... Was war so krass, Nils? Ich wurde wirklich random von Fisk abgeschossen und danach von Payne. Bevor ich überhaupt was gemacht hab. Oder Kapuze ist Shinigami. Okay, das ist natürlich... Ich hab's gesehen. Hallo! Hallo! Hallo, Jones! Gehen Sie vorbei? Oh! Ich bin hier runter, ohne zu sterben. Oh, das krieg ich nicht runter. Die Frage, wo Dalo jetzt ist. Ah, 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 ah! Nils ist safe. Nils ist safe. Maro ist safe. Ich glaub, Kapuze ist Shinigami. Ja, Nils und Maro sind safe. Ja, du aber auch, weil er sind ja auch vorbei gerannt. Ja, ich auch, ja. Ich bin safe. Ich kann halt von mir... Ich bin safe. Maxi, Alex und Nils. Ah, nein, Nils ist safe, sorry. Maxi und Alex. Ich bin safe, ich bin safe. Maxi und Alex dann. Maro könnt ihr auch noch? Ne, ich bin mir vorbeigelaufen. Naja, er ist an euch beiden vorbeigerannt. Waaah! Ja, an Nils ist er auch vorbeigerannt. Nils ist er auch vorbeigerannt. An dir ist er nicht vorbeigerannt, das haben wir nicht gesehen. Sonst wäre er hier tot. Ja, ja. Er ist mal Kapuze über die Wege gewesen. Ja, ist das so? Du... Er hat die einfach nicht gesehen da oben. An Flocke ist er auch nicht vorbeigelaufen. An Flocke... Flocke könnte es auch noch sein. Flocke... 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 Da wird irgendwo in der Ecke sitzen und irgendwas plotten. Lass es plotten. Plot twist. Ja. Waaah! Der braucht ja irgendwo in der Ferne auch... Den Boom Buddy hier. Ja! Wer? Was? Da oben geht's ab. Nils? Nils? Nils war Trader, ne? Er wollte ihn in der Ecke schnacken. Habe ich doch gesagt, Nils hat der Shotgun, Nils ist Trader. Warum ist dann Schoen so nicht vorbeigern? Ich hab keine Ahnung. Hä? Vielleicht hat er das auf die Schnelle nicht gesehen. Ich finde das immer ziemlich schwierig, das zu sehen. Mittlerweile ist er schon so fett mit mir. Ne, ich meine, dass er den Namen nicht gesehen hat. Ach so, so meinst. Okay. Er ist ja sehr klein, jaja. Er hat vor... Blau liegt wahrscheinlich ein Boom Buddy. Seid vorsichtig. Hallo, Maru. Grüß, Maru. Ah! MeckFly! Heile! MeckFly! MeckFly! MeckFly in! MeckFly in oder auf rot? Ja, ihr habt die Tätel bekommen noch gelebt. Wir sind nur Fisk und äh, äh, Leute. Das ist doch voll geil, ne? Juri, Nautau, lebt eine von euch beiden noch? Nach der lebt noch. Bei dem die Tätel Acht hieß ein Boom Buddy, nicht aufmachen, ne? Ja, außerdem was noch Tätel gerufen worden ist, oder? Und der hinterher ist aber Darm Leiche. Der hinterher ist aber Darm Leiche. Na, wer ist? Also, ich hab Darm Leiche gerufen, aber die nicht die Boom Buddy Leiche, du bist aufpassen. Von mir. Der hat leider keine Credits. Bist du schon drinnen? Der Darm ist doch hier bei mir. Nee, ich war jetzt bei Ding... Der ist doch wieder jemand tot. Der ist doch tot. Der ist doch tot. Von wo taucht er? Von wo taucht er? Keine Ahnung. Irgendwann angesnipert. Ja, ich weiß. Hinten gelb war das, glaube ich. Ja, irgendwo von hinten war das. Oh, ja! Nein. MeckFly möchten... MeckFly möchten... Das war ich. Der macht doch sowas nicht. Weiß ich nicht. Kann es trotzdem Jakal Buddy sein. Ach ne, geht ja. Doch, Dalu. Ich glaube, Dalu hat andere Sachen gekauft. Von Dalu kommt, denke ich, der Boom Buddy. Nee, aber wenn... Oh. Anscheinend doch. Es gab noch einen Jakal. Hier, es gab noch einen Jakal. Aha. Der Jakal hat... Oh! Was ist passiert? Was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich glaube nicht. Ich kriege überhaupt nichts mit. Ich auch nicht. Auch nicht. Holy Shit. Ach, Juli. Ach, Juli. Oh, hier ist er. Ja, bei Rot. Maxi. Rot. Maxi. Und? Wie lange hast du es denn noch? Scheiße. Tau ist anscheinend gestorben. Tau ist er auf keinen Fall. Lass auf den. Oh! Der ist hier drin. Boah. Aber ich war da grad drin. Einer von euch ist es übrigens auch noch. Von euch beiden. Dann ist es Maru. Eh, bin ich nicht. Hä? Ich bin nicht. Es kann sein, dass Alex Traitor war. Ja, eben. Ach, Alex war Traitor von Schakal. Ja, das ist möglich. Maxi. Dann hat Alex wahrscheinlich selber eine Belohnmine gelegt und hat die selber ausgelöst, weil er Traitor und Schakal war oder so. Deswegen haben die alle so gelacht. Eijajaja, was macht die denn alle hier? M-Maru. Kondran? Ja. Ja, du, ich such Mcfly überall, aber der versteckt sich gut irgendwie. Ich versteck mich so super. Das ist unglaublich. Oh, gleich töte ich mich selbst, Mann! Den ganzen Schaden, den ich gekriegt hab, hab ich mir selber zurückgebracht. Der verschockt von Grün aus. Wo? Gibt's denn doch noch einen Schakal? Aber ich bin auf Rot. Da. Hey, schockt Rot. Rot? Flocke ist unsterblich, das ist un... Du triffst einfach nicht, du Napp. Ich hab dich voll getroffen, du hast Blut überall. Flocke kann sterben. Irgendein Traitor hat genau vor Julies Auge ne Leiche gedroppt. Und Julies ist einfach zur Leiche gelaufen. Das ist doch so ne Leiche. Boom buddy. Und Fisk und Payne, warum habt ihr auf mich geschossen? Ich hatte nur gesehen, dass ihr beide euch duelliert und da wollte ich die größte Konkurrenz ausschalten. Ich hab mich nicht duelliert, ich wurde einfach angeschossen von Fisk. Ich dachte, das wäre Kugelsicher, das Ding. Deswegen hab ich einfach blöd angeschossen. Das Ding war durch. Das war einfach... Alex, hab ich dich getötet oder wie? Wie? Ich seh grad, ich hab trotzdem Minuspunkte bekommen. Du warst aber Sidekick gerade geworden. Das war total easy. Ich hab so ne Kugelsicher. Ohne Scheiße. Total easy. Magst du hier? Hast du da Messerkack gezogen? Ja. Ist echt wenig hier auf der Merle. Magst du jetzt Messer? Ich bin mal nicht sicher. Maru ist ein fucking Lügner. Ich hab ne Rauchgranate geworfen. Da ist jemand geplatzt. Bei grün. Bei grün da oben. Der ist aber in die Röhre rein. Wo kommt die Röhre raus? Rot. Wieder nach Rot. Ich glaub halt. Ich weiß nicht, ob Alex oder Fisk gerade rumlief. Nein, ich hab ihn noch gekreut. Ich war bei Rot jetzt gerade. Ich bin jetzt in Rot nicht gereist. Unten Rot kann man nix machen. Bei unten war ich nicht oben. Hä? Ich geh jetzt auf McFly Camper Posi. Ne, es gibt auch zwei. Es gibt auch mehrere Röhren. Das wisst ihr, ne? Leute, wer hat Pain getötet? Der Traitor vielleicht? Wer war's? Jetzt wach! Wo ist seine Leiter? So, so. So, so. Ja. Was hast du da gerade gemacht? Was hast du da gerade gesagt? An dem Ding? Ja. Ich mach hier meine Mousse. Wo ist seine Leiter? Wollte grad sagen. Letzte Runde hat jemand versucht mich im Wohnkreis, bis ich jetzt von einem Traitor getötet werde. Wo ist Pains Leiche? Ja. Was ist Leiche? Wo liegt dieser? Wo liegt dieser? Der Traitor bestimmt nicht sagen. Wer von euch? Ich dachte, du wärst vielleicht den Mutant, Alter. Ich verließe deine Stimme. Flocke ist so ruhig. Flocke ist so ruhig. Flocke sagt gar nix mehr. Ich glaub, Flocke ist Traitor. Die sagt gar nix mehr. Ah, da unten ist er. Danke. Danke, Jones. Bitte, bitte. Oh. Danke da. Warte mal. Hat sich gerade jemand runtergefallen? Hast du gerade denn den Ardings gedroppt? Guck mal denn da rein? Nee, nee. Ah! Kapuze! Kapuze! Dalu, Dalu. Kapuze! Wo ist er denn? Tot im See. Maro, auf wen hast du geschossen? Alex ist ein Dalu. Oh, die Totems, ey. Alex ist das. Alex ist der Totem Hunter. Ja. Dalu ist in Rot. Der Weiske ist in Grün reingerannt gerade. Ja, Dalu ist in Rot. In Grün. Okay. Nee, nee. Er hat gesagt, Kapuze ist ein Idiot. Irgendwer hat gesoffen. Irgendwer hat gesoffen. In Rot, glaub ich. Und in Rot hat er gesoffen. Kapuze redet noch. Also. Habt ihr das gehört? Kapuze hat wiederbelebt. Der ist Jackal. Oh Gott, hab ich mir grad erschrocken. Holy Shit. Wo wirst du deine Waffe weg? Wolle, ich bin total erschrocken. Aber ich die ganze Zeit hier rumguck und die suche jemanden. Hey, Dalu und Dalu. Und äh. Was schießt ihr denn auf mich? Was soll denn das? Ich bin lieb. Dalu und Alex. Du bist der Bösewicht O3. Ich glaube, mach keinen Schaden. Die trifft nix. Die sind beide auf Rot drauf gerade. Ich kann mich nicht. Ja, ich bin halt. Oh Gott. Auf nach Grün. Scheiße, ich komm doch nicht. Alex, geht her weg. Scheiße. Mein Gott mit dem Ding nicht. Auf nach Grün. Ach, Juli auch. Okay. Juli, hä? Was macht Juli denn hier? Lol. Die ist im falschen Team. Achso, jetzt ist der Böse. Da geht man wieder schnell. Die stellt sich neben und schießt auf euch. Ja, wie geil war das denn? Als ob. Auch Juli erschießen. So doof kann selbst Juli nicht sein. Auf Orange ist Alex. Heiliges Wasser, McFly. Nein, die nächste. Komm, jetzt müssen wir noch einen killen, glaube ich. Items sind Juli noch. Nee, Items sind gerade explodiert in der Naht. Nee, nee, nee. Ja, hol ein paar Totems. Mach einfach alle kaputt. Wie ist denn das eigentlich? Welcher Arschloch schießt mich an? Ja, welcher. Das war Juli. Welcher Arschloch ist? Welcher Arschloch? Ich bin sicher, dass das Juli war. Ja, du, ich bin's hier. Ich hab alle Totems, glaube ich, weg. Ja, sind alle weg. Bei mir? Nee, das war's. Ohhhh. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Boahhhh! Das hätt ich. Alle Totems weg. Hattest du das von Anfang an? Das Doppelsprung-Ding? Nee. Okay, ich dachte nämlich erst, du hättest das gehabt, aber dann hab ich dir geglaubt, dass du da gesurft hast. Du kannst ja wirklich surfen, also das hab ich erst danach gekauft. Ja, deswegen ja, deswegen ja. Aber das hat so ausgedacht. Flocke sagt gar nichts mehr. Wie? Ich rede doch. Nee, Flocke redet nicht mehr. Und den, den schieß ich in den Rücken so. Den sagt überhaupt nichts. Die blöde SG schießt schief von, ey. Wirst du überspringen? Beste Runde. Ich komm da auch nie raus. Beste Runde? Beste Runde war schon. Die letzte jetzt. Ist der Traitorfall in der Mitte? Hör auf jetzt, wenn du frech bist. Was? Ist er der Traitorfall in der Mitte, weil da ist ein Raum drunter oder? Äh, hab ich leider immer noch nicht verstanden. Ist er eine Traitorfall in der Mitte, weil da war ein Raum unter den? Äh, hab noch keine Traitorfall ausgelöst. Hab aber auch nichts gesehen. Ich weiß die Traitorfall oder was. Okay, weil da ist irgendwas drunter, das ist ein Secret. Hup, hup, hup. Pain, ist das schon wieder dein Weep-Bild? Ja. Ach Gott. Hat er wieder Neues? Ja. Das ist Karin. Das ist Karin, ey. Das ist dein neues Weifu. Jede Woche hat er neue Weifu. Das ist Karin. Karin. Das ist der größte Weep hier. Pain ist voller Weep. Das ist halt schlimm. Freut dich auf die nächste Map, glaub ich, dass es besser ist. Wehe, es kommen keine Möpse. Hallo. Wir müssen das aufnehmen noch, Max. Hallo. Was habt ihr mit den Hunden? Warum wurde plötzlich ein Maro rübergesprayt? Hallo. Ich hab gewartet. Hallo. Hallo. Ist er wie? Nö. Wenn Nils mir jetzt in den Kopf schießt, bin ich traurig. Wenn ich mal um auf Wolken schon traurig hier so ab. Hättest du das nicht? Es ist wie Mario. Kapuze ist der Todemann. Kapuze ist der Todemann. Kapuze ist der Todemann. Kapuze? Du hast dafür mit mir aufgebaut, zum schiersten Haaren. Hinter Blau. Der ist oben auf Blau. Alter, wie ist es? Es explodiert das hier. Aber hier wurde auch noch irgendwas auf Grün erschossen, glaub ich. Er ist wieder gesponged. Nein, das war nicht. Es war hier hinter. Unten in der Mitte. Was? Guck hier hinter. Guck hier hinter. Hier ist mit dir Explosions. Also Fistos auf jeden Fall. Ich bin Pain verdeckt, ey. Hey, jetzt mal ganz ehrlich sagen. Heidblut? Kapuze ist ein confirmter Todemann. Da müssen wir ihm jetzt mal geeignet. Ja, Kapuze. Oh, ich hab geschossen. Ich weiß nicht von wo. Ich glaube von Orange. Ich bin nicht da. Ich glaube von Orange, ja. Das könnte... Es war ich. Ich bin ehrlich. Aber es war mehr so aus Versehen. Weil er dachte, du hast gerade hier hochgeschossen. Ja, das war aus Versehen. Ich hab auf dich geguckt und einmal eingedrückt. Hast du einen Radar, oder was? Ich hab dich gesehen. Ja, als ob du hier hochguckst, ey. Natürlich guck ich da hoch. Ich bin das von der Angst. Ja, weil du einen Radarpunkt da oben hattest, ey. Was hast du denn? Was hast du denn für grüne Punkte im Himmel? Ja, was? Ich hab noch eine Haare nach Pain schießen gleich. Ich hab noch eine Haare nach Pain schießen gleich. Nein. Kann ich kapka. Einems, items, 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 items. Wenn Julie stirbt, vernächtige ich einfach Fisk. Egal wer sie tönt. Okay. Wo ist Kapuze? Ich bin nicht da. Ich bin weg. Wo ist der hin? Dalu, hast du schon meinen Spawn geguckt? Mein Camp? Schau die Waffe. Schau die Waffe jetzt. Also ich seh ihn bis jetzt nicht. Ja, ja, ja. Items, 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 items. Home run. Nice one. Hit. Wer ist jetzt von den beiden? Oh, ne Tasse. Nils hätte noch auf der Schiene landen können. Pain. Pain ist auf der, Pain beschießt mich. Na, ich bin vergiftet von Items. Pain ist auf der wrong. Pain ist tot. Pain ist down. Unhöflich. Undra, rette mich. Es könnte sein, dass Items tot ist. Oh, der arme Fisk. Ja, wenn nicht, dann ist es Items. Wer ist das? Kundran ist das. Okay. Ich bin hier. Wo ist Items hin? Ist er lebt denn noch? Ich glaub der ist, ne das ist Tau Tau. Der ist ja irgendwo hier unten noch. Der Kapuze liegt noch? Immer noch. Nein, ich leb nicht. Da war ein Bügelchen. Sie lieben nicht. Ich bin nicht da. Oh! Hier der... Maxi, auf wen schießt du? Items, der ist da drinnen in einem kleinen Hündchen. Lüge. Hab ihn. Sehr schön. Und Kapuze der Jones in der Mitte. Items lieben wieder. Items, Items und Jones. Beide im grün. Beide im grün. Ein grün? Echt? Ja, hallo. F***ing hell. Das ist mein Gang hier hinten. Also wie viele von euch leben jetzt noch? Hey! Beschütz mal den Eingang bitte. Oh, das ist heute schon wieder so richtig krass. Oh mich, ey. Beschütz mal den Eingang bitte. Hast du? Ach so. Hier. Items. Beschütz mal den Eingang. Beschütz mal den Eingang, dass hier keiner reinkommen kann. Ach so. Du hast versagt. Minimal. Wie kommst du da auf? Pippi ist wieder unterwegs. Das war eine gute Chance, den richtigen zu treffen. Ich wollte gerade sagen, das war ein drittel Chance. Super, du. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like. Ihr schaut mir einfach vorbei. Bis dahin. Tschau. Erst. Ich f C Seek. Es ist nicht berge ihr Lenkstil. Es geht. Kaff液, Lust. Nöo Diener Treib. Er wird die Beklein. Er wird das. Er wird die Beklein. Er wird die Beklein. Er wird das. bis vor. Er wird siehst. Es noch nicht.